Ich bin aufgeregt ihr Lieben. Ich bin so aufgeregt ihr Lieben. Ich weiß gar nicht wo ich jetzt hier zuerst anfangen soll. Es gibt hier glaube ich unglaublich viel zu entdecken und damit herzlich willkommen zu die Sims 4 Hunde und Katzen. Jawohl, endlich Hunde und Katzen. Yeah. Also ich bin nicht jemand der exzessiv die Sims spielt. Ich spiele das immer mal ganz gerne und dann habe ich irgendwann keine Lust mehr und dann hole ich es mal wieder raus. Aber Hunde und Katzen, das war etwas, das habe ich tatsächlich von Anfang an vermisst bei die Sims 4. Ich habe mich immer gefragt, warum keine Hunde, warum keine Katzen, das ist doch so süß. Ich habe relativ viel die Sims 2 gespielt und da hatten wir ja auch Hunde und Katzen und die fand ich da schon super toll. Sims 3 habe ich das Basisspiel und irgendeine Erweiterung glaube ich. Das habe ich nicht wirklich viel gespielt, da habe ich auch bis jetzt immer noch nicht so wirklich Interesse dran. Aber die Sims 4 ist da schon wieder eine ganz andere Liga. Und ja, Hunde und Katzen, ich freue mich riesig. Hier wird es so viel zu entdecken geben, dass ich gar nicht weiß, wo wir jetzt anfangen wollen. Also ich will euch das Addon jetzt hier nicht im kleinsten Detail oder irgendwas zeigen. Ich will mir das jetzt grob mit euch erstmal anschauen, was wir hier haben, was es Neues gibt. Und ich kann euch schon sagen, diese Katze hier, die hier drüben, ich liebe die, wie die aussieht. Das ist der Kracher. Die erinnert mich total an Alice im Wunderland. Ich weiß nicht warum, aber irgendwie schon. Ja ihr Lieben, willkommen zu die Sims 4 Hunde und Katzen. Erstelle Hunde und Katzen. Lasse deiner Kreativität mit dem Erstelle ein Haustier-Tool freien Lauf, in dem du perfekte Katzen, Hunden, Hunden, Welpen und Kätzchen, Kätzchen, ihr Lieben, willkommen Kätzchen, ja, für deine Sims erstellst. Wähle aus verschiedenen Rassen aus, gib ihnen eine eigene Persönlichkeit und bearbeite ihre Eigenschaften. Baue Beziehungen zu deinen Haustieren auf. Erlebe die Kameradschaft und den Spaß, den pelzige Freunde in das Leben deiner Sims bringen. Katze und Hunde haben einen eigenen Kopf und bilden basierend auf ihrem täglichen Interaktion besondere Beziehungen zu deinen Sims auf. Werde Tierarzt und leite eine Klinik. Baue eine Tierklinik, stelle engagierte Mitarbeiter ein und werde der vielversprechendste Tierarzt der Stadt. Dabei entscheidest du allein, welche Dienstleistungen du anbietest und was du dafür verlangst. Erkunde Brindleton Bay. Entdecke Brindleton Bay, ein schwieriges Wort, eine neue Welt, in der deine Sims mit ihren Haustieren leben können. Wirf in der Nähe des Hafens Stöckchen, mach einen Spaziergang zum Leuchtturm oder besuche einen Park, um einen Hindernisparcours einzurichten. Wir können hier so viel machen. Ich habe ja schon mal mich ein bisschen wenigstens informiert, damit ich nicht ganz so doof jetzt hier dastehe. Aber ja, ich habe noch nichts gestartet. Also ich habe es jetzt erst angemacht. Das ist mein Startbildschirm. Und ich hoffe, ihr habt Bock, mich zu begleiten und hier mal grob uns, dass wir uns das hier mal irgendwie alles anschauen. Und ja, schön. Ich freue mich, dass es endlich da ist. Und ich habe mir überlegt, ich habe da zwei Sims, mit denen habe ich schon länger nicht mehr gespielt. Die werden wir jetzt mal auspacken hier. Die wohnen hier. Nikki und Paris, Van Blasen. Die werden uns begleiten. Die kennen vielleicht manche noch von euch aus meinem Sims 2 Let's Play. Und da hatten die beiden ja auch schon einen dicken roten Kater, Dr. Dre. Und ich glaube, die beiden freuen sich, wenn sie jetzt vielleicht mal hier ein paar Haustiere bekommen. Ich muss jetzt erst mal mich schlau machen. Wir müssen jetzt erst mal gucken. Haushalt verwalten, Haushalt ausquartieren. Haushalt ausziehen lassen. Äh, ausziehen lassen, ja. Ich glaube, das ist richtig, ne. Und wo ziehe ich dann mit denen hin? Am besten in die neue Welt, ne. Die haben wir hier. Brindleton Bay. Und das sind schon die Hunnis und die Gazzis. Und ich hoffe, hier ist irgendwo ein kleines Grundstück erst mal frei für die beiden Hübschen. Ich habe denen natürlich erst mal ordentlich Geld zugeschustert, damit wir hier schön was machen können mit denen. Was haben wir denn hier? 30 mal 30. Zwei Betten, zwei Klos. Okay, hier hätten wir noch Bootshaus. Üh, ein Bett. Naja, ein Bett wird ein bisschen eng. An Anwesen könnten wir ihnen auch gönnen. Geld genug hätte ich. Aber das finde ich ein bisschen überkandidat. Was haben wir denn hier? Vor der Seegrasinsel ging einst ein Schiff auf mysteriöse Weise unter. Heute befinden sich dort der berühmte Leuchtturm Brindleton Light und die größte Ansammlung einheimischer Streuner. Seit kurzem gibt es jedoch Gerüchte über seltsame Besucher nach Sonnenuntergang. Uh, uh, okay. Was haben wir, äh, was ist das hier? Jaja, Wohngrundstück, ich weiß. Aber was ist das hier? Nee, ich will ja da nicht wohnen. Ich will, dass du mir das anzeigst, du dummes Ding. Naja, hier ist jedenfalls der Leuchtturm. Was haben wir denn hier? Ja, Kavalierkauf. Kavalierkauf ist für seine Wanderwege und weitläufigen Küstenanwesen bekannt und daher der perfekte Ort für Erkundungstouren oder Möwenjagen mit einem abenteuerlustigen Hühnchen. Okay. Äh, was haben wir hier? Hier wohnen die Delgados. Okay. Ja, das Anwesen. Was haben wir hier? Hier könnten wir auch noch einziehen, aber es ist auch wieder nur ein Bett. Oh, und hier unten ist der Hafen. Ich sehe es schon. Also hier scheint eine Bar zu sein, so wie es ausschaut. Hier wohnt Lynx. Aha. Was haben wir denn hier? Äh, Whiskermans Wharf. Whiskermans Wharf ist der Lieblingstreffpunkt der Katzen der Bucht, die dort häufig auf den Docks herumklettern. Dieser Ort ist auch bei Fischern und Touristen sehr beliebt. Aha. Hier haben wir irgendwie, sieht aus wie auch eine Bar oder irgendeine Lounge oder so mit Karaoke vielleicht. Hier haben wir, das könnte vielleicht die Tierklinik hier sein. Da ist noch ein Grundstück. Okay. Wer wohnt, ne, wer wohnte hier? Achso, das war das. Okay. Hier wohnt Hacking. Aha. Und hier sieht aus wie ein Park. Was ist das hier? Sable Square. Der Sable Square ist der kulturelle Mittelpunkt der Stadt, an dem sich sowohl Hunde als auch Katzen gerne aufhalten. Die Sims hier lieben Tiere so sehr, dass sie ihnen mitten in der Stadt ein Denkmal gesetzt haben. Aha. Okay, ähm, ich würde sagen, wo ziehen wir denn mal hin? Äh, eventuell, ne, wo waren das mit den zwei Betten? Ne, da wohnen Leute. Wo waren denn jetzt unsere, äh, beiden Betten hier? Oh, Hilfe. Nein, da wohnt auch schon jemand. Ich finde meine beiden Betten nicht mehr. Das hier waren die beiden Betten. Hier, komm her, ihr zwei. Paris und Niki. Dann ziehen wir da mal hin. Äh, ja, möbliert wäre ganz schön, würde ich sagen. Und dann, äh, seid ihr schon angekommen, ihr beiden? Ja, die zwei sind schon angekommen. Okay, dann gehen wir da mal, äh, direkt gucken. Ach, Mensch, ey, schön. Hat ja auch nur gefühlte eine Million Jahre gedauert, bis endlich hier mal Tiere kommen. Dabei finde ich Tiere so wichtig. Fand ich immer schön bei den Sims. Ach, ja, ja, ja. So ist das alles, Mensch, echt. So, komm, lass mich da rein. Ich will da gucken. Auf, auf. Jetzt dauert das hier wieder alles ewig. Ach, Gott. So, Hallöchen, ihr beiden. Na, geht's euch gut? Wir haben uns lange nicht gesehen. Ich musste euch erst mal suchen in meiner, in meiner Bibliothek. So, eure Bude will ich mir jetzt eigentlich gar nicht. Ja, genau. Niki, du gehst schon mal rein. Das finde ich in Ordnung. Boah, ist das grün hier. Wow. Ist das grün hier. Cool. Da hinten liegen sogar Heuballen. Da ist ein kleiner Flugplatz. Oh, mein Gott. Wow. Da voll die rote Hütte. Ist ja cool. Okay, da hinten ist Stadtgebiet. Okay. Das ist auf jeden Fall, ähm, das ist auf jeden Fall sehr cool hier. Äh, lass mich mal gucken. Ich würde ganz gerne mal diesen, äh, Hafen besuchen gehen hier. Wie kommen wir denn da mal hin? Am besten, ähm, können wir da mal hin? In Richtung, äh, Hafen. Ja, äh, Niki kommt natürlich mit. Ach, man kann bestimmt so ganz tollen, so eine Art, äh, wie Flugsicht über, über die neue Welt hier machen. Aber ich weiß natürlich wieder leider nicht, wie es geht. Aber, ähm, okay. Wir gucken jetzt mal so hier wenigstens rein. Schauen wir uns mal ein bisschen was an von der Gegend. Und der Hafen, glaube ich, der sieht ganz toll, muss der aussehen. Club Caligo. Aha. So, ihr armen beiden Mäuse, ihr werdet jetzt hier rumgeschickt, ne? Oh, guck mal, hier ist, oh, cool. Zusammen sitzen am Lagerfeuer, am Wasser. Wow. Oh, und hier ist der Hafen. Oh mein Gott, guckt euch das an. Ach, du Schande. Ist das schön oder ist das, oh, da liegen sogar Boote. Klar, die kann man nicht benutzen, ist mir schon klar. Aber, oh, guckt doch mal. Was haben wir hier? Irgendwelche Geschäfte. Okay. Wollt ihr mal hier, guckt mal hierher, ihr zwei. Hier, du auch. Komm, guckt mal hierher, setzt euch da mal hin. Genau, setzt euch mal da hin und plaudert. Und ich muss mal hier, oi, 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 oi. Ist das cool oder sieht das cool aus? Wow. Was haben wir denn hier hinten? Oh, hier, Schwimmbecken. Okay. Oh, die ganzen Segelboote hier, total schön. Könnte hier irgendwas machen gerade? Oh, hier könnte man, hier könnte man doch garantiert von Hochzeiten fantasieren. Oh, sehr schön. Oh, sehr schön. Okay. Wow. Das ist so cool. Total schick. Oh, was haben wir hier? Ist das hier irgendwie so ein Spielplatz für die Kids? Okay, Toiletten sind da. Ach, warum können die Erwachsene nicht sehr ungeheuer spielen? Das finde ich sehr schade. Oh, hier. Schön. Oh, wow. Und da wieder mit Blick im Hintergrund auf die Stadt. Das sieht doch toll aus. Was haben wir hier? Dahin reisen? Wir reisen mal dahin. Hat er mir gerade angeboten. Ach so, nee, muss ich ihm sagen. Nee, warte mal. Ähm, Sable Square. Okay, warte mal. Seegrasinsel. Ja, ich würde gerne mal hier hin reisen. Hier hinten auf die Insel. Ja, Paris. Nein, Paris, du kommst mit. Die armen Beine, ey. Die werden jetzt hier durch die ganze Welt gejagt. Irgendwann. Ach, Mann. Das sieht total gut aus hier. Oh, hier mit Anker. Genau, hier. Guckt euch das mal an. Äh, nee, könnt ihr euch auch zusammen angucken. Ähm. Wow. Oh, der Leuchtturm. Oh, mein Gott. Der dreht sich sogar. Ja, natürlich dreht er sich, aber ich meine, der dreht sich. Wow. Ist das cool hier. Wow. Können die zum Strand reisen? Aha, warte mal. Erst mal gucken gerade noch. Oh, ei, 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 ei. Hier liegen überall kleine Boote. Hier könnten wir angeln. Ja, hier könnten wir angeln. Wow. Also, ganz ehrlich. Ich finde die neue Welt unglaublich schön. Guck mal, da hinten ist das Festland. Wir sind hier voll ab vom Schuss. Wir sind voll ab vom Schuss hier. Was haben wir denn hier? Ah. Okay. Nee. Das ist ein Tierfriedhof hier. Guck doch mal. Wir haben hier sogar... Ne? Ist ein Tierfriedhof, oder? Kann ich mir hier irgendwas angucken oder so? Ich will mal hier Hinschrift lesen. Hier, Mädels, guck mal an den Rand. Ich will mal hier die Hinschrift lesen, bitte. Irgendeine von euch beiden ist mir jetzt gerade egal welche. Okay. Oh, hi. Warte, was? Was war das? In liebevollem Gedenken an Butzelchen und Prinzessin, Mauns. Oh Gott. Freunde, bis zum letzten Tag. Mögen sie auf Ewigkeit Tons zum Entdecken, Türen zum Anheulen, Gläser zum Umwerfen und Menschenbetten zum Schlafen finden. Oh Gott. Na wirklich. Ich halte es nicht aus. Einen Tierfriedhof haben wir hier. Wie hier noch irgendwo? Eine Inschrift, die wir vielleicht mal gerade lesen könnten. Noch irgendeine. Oh wow. Damit habe ich aber jetzt nicht gerechnet, dass wir hier sogar einen Tierfriedhof haben. Ja, aber ich glaube, ist das die einzige Inschrift? Okay. Jetzt fängt schon gleich das Gemecker an. Wie? Nur eine Inschrift? Das kann doch nicht wahr sein hier. Okay. Naja, macht ja nichts. Trotzdem, äh, sehr cool. Oh, nee, hier, hier, hier. Niki, komm mal hier. Lief das mal bitte. Da steht doch noch irgendwas. Ja, Lektion Einzelgängerin. Hm, das interessiert aber jetzt gerade gar keinen. Äh, Rechnung. Sag mal, Spittier, ich bin gerade erst eingezogen. So, was? Äh, Butzelchen und Prinzessin. Ach so, okay. Ist nochmal dasselbe. Ja, macht ja nichts. Oder war das derselbe Grabstein? Ich weiß das gerade nicht. Okay. Wow. Wow. Das ist, äh, richtig, richtig cool. Was ist denn das hier? Toilette. Ach so. Ne, was haben wir denn da? Jetzt sagt mir nicht, hier ist schon ein totes Tier. Ist das ein Tiergeist? Käpt'n Whittaker. Oh, ne, Käpt'n Whittaker. Hallo. Äh, Niki, komm mal angerannt. Niki, Niki, komm her. Ja, warte mal auf die Niki. Die will mal Hallo sagen. Wir haben schon den ersten Tiergeist hier gefunden. Äh, Niki? Niki, Hund? Äh. Oh. Hund ist im Gebüsch. Niki, jetzt komm hierher. Wo ist die Transuse? Ah. Niki. Hier bitte. Freundlich vorstellen. Ich weiß gar nicht, wo die ist. Oh. Oh, da kommt sie. Da kommt sie angerannt. Okay, ja, es ist ein Stückchen. Jetzt hab ich den Hund aus den Augen verloren. Niki, wo rennst du jetzt hin? Ich weiß nicht mehr, wo der Hund ist. Muss ich jetzt Niki verfolgen, um den Hund wieder zu finden? Wir haben einen Tiergeist. Der war hier irgendwo, ne? War der hier? Ach, Mälo. Ach, Niki, das muss schneller gehen. Wo ist denn die Susa? Das ist ganz da hinten noch. Okay, also diese Insel ist auf jeden Fall ein bisschen größer, wie ihr seht. Niki hat schwer zu kämpfen, dass sie da hinkommt, wo sie hin soll. Ja, die ist noch da hinten. Ah, da. Da ist der Hund. Ja, hallo. Ach, Gottchen. Hast du dem was gegeben? Ne, was ist denn das? Der hat ein Geschenk. Ah. Der hat ein Geschenk im Maul. Ach, Gottchen. Kennenlernen. Ja, hallo, mein Freund. Warum bist du denn schon tot? Wir haben doch gerade die Welt erst geladen. Ach, Gottchen. Wir streicheln mal. Er ist verspielt. Ja, das ist schön. Und vor allen Dingen ist er tot. Der ist grün tot. Was bedeutet nochmal grün? Wie ist denn der gestorben dann? Weiß das gerade einer? Ich weiß es nämlich gerade nicht. Hier, spiel mal. Ne, 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 stopp. Halt. Oh, Gott. Was ist denn hier? Friedhof der Kuscheltiere? Oder was wird das hier? Ei, ei, ei. Hier sind schon voll die toten Tiere. So habe ich mir das aber nicht gedacht. Wieso sind die alle grün? Oder sind die grün, weil die glücklich sind? Die Geistertiere. Kann natürlich auch sein. Ich glaube, die Katze ist jetzt weg. Ach, Niki, hör auf, dich unwohl zu fühlen. Ich glaube, ich muss gleich dann erstmal in der Aufnahmepause hier deine Bedürfnisse wieder hochcheaten. Was ist denn das hier? Öffnen. Was ist denn das? Rätselhafte Kiste. Gefunden von einem treuen tierischen Begleiter, was sich wohl darin befindet? Keine Ahnung. Aufmachen. Wo ist denn die Katze? Katzi. Ich fürchte, Katzi ist weg. Niki, mach das mal auf da, bitte. Ja, die Katze ist weg, Niki. So, warte mal. Was? Niki hat im Objekt rätselhafte Kiste etwas gefunden. Ein versteineter Schädel eines Außerirdischen. Was? Okay. Muss mir das jetzt Sorge machen? Der Hund bringt uns einen versteinerten Außerirdischen Schädel, ihr Lieben. Okay. Ich habe keine Ahnung, was hier los ist. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet, dass wir hier schon gleich mit Geistertieren zu tun bekommen. Okay. Aber ich würde sagen, ich mache jetzt gerade erst mal einen Cut und werde den Damen hier die Bedürfnisse irgendwie hoch cheaten, damit wir uns noch ein bisschen umgucken können. Und dann hoffe ich, seid ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei. Und bis dahin, eure Trin. Wir sind hier als Kiste. Und dann… Wir sind hier. Und dann… Und dann…